ja ist klar gab es dann mal ein bisschen oder heute morgen da du ja geschlafen hast habe ich ein bisschen call of duty modern warfare gespielt also das original also beziehungsweise remastered variante und zwar im online modus und alte scheiße habe ich da schon auf den sack gekriegt muss ich sagen bis ich den hardcore gespielt habe den karten gespielen denn also du kannst hier nicht zielen übrigens mal also nicht über visiert sondern nur über so laser visier das ist ein laser und ja ist schon ziemlich krass muss ich sagen ich habe vorhin mal ohne gespielt habe voll auf den sack gekriegt aber fand ich doch dennoch ganz lustig ja war knapp die heißen heilung geben ja 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 schon zweimal ab heute schweden portugiesen alle schade eigentlich dachte wird jetzt hier meine runde aber offensichtlich würde ich mir doch nicht aus der hüfte ist nicht so mein ding danke ciao da sitzt da oben am fenster jetzt kann wieder aus sich werden vielleicht noch eine geile geile granate geschmissen die voll weggebetzt wo sind die publiken nach anderer seite das ist schon echt ein bisschen heftig ja aber hardcore schon wieder saugeil wie gesagt ich habe bei modern warfare gespielt also das remastered ding und hardcore da war schon wieder richtig gut richtig spaß gemacht so muss das sein da liegt er dort ist auch die map die die ja nicht so gefällt oder war das nicht die nein ich habe ihn da gehört ja genau danke cool da sitzen sitzt weder am fenster um bei uns vom startpunkt die schweine backen aber sie kommt denn ich aus elektronisch jetzt ist vorbei hat er jetzt richtig vorbereitet ist bestimmt gar nicht gestorben oder so doch nicht Keiner Typ. Mann, oh! Oh, aber wieder. Schwede. Also der Modus ist ein bisschen gewünsbedürftig, sagen wir es mal so. Ein bisschen schwierig. Aber den auch ganz lustig für Mann. Ja. Hey! Was da raus? Ich sitze eh noch im Container oben drauf. Okay, erst weg. Ja, wir sitzen überall irgendwo. Oh. Ja. Schön. Och. Königstür da. Ist denn das passiert? Ja. 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 Ich kriege mich jetzt hier hin, Alter. Na gut. Ehen habe ich. Hat sich gelohnt. Was? Ja. Mach hier. Da kommt eine Munitionskiste. Das weg euch mal bei Ihnen schnell. Na, Mikey, ich stehe jetzt wieder da oben ein bisschen. Ja, dann ist er ja so schlecht hier oben. Ja. 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 Und ich bin wegen Teambeschuss bin ich rausgeflogen bei Hardcore. Ganz vorbildlich. Zweite Runde. Zweite Runde Hardcore und erstmal rausgeflogen. Wo ist das? Wo ist das? Ja. Und die sind übelst klein. Die Karten. Ja. Habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Die sind richtig klein, die Dinger. Wollten gerade pingen, Alter. Da kommt schon wieder einer an der Rente. Die Pelle Mauer hat er ja gesehen. Ich bin doch noch rüber. Da ist er wieder. Zum zweiten Mal. Dreckarsch. Christian, warte. Dreckarsch Christian, warte. Dreckarsch Christian, warte. Ich bin ja der Geschlitz. Die kann ich überhaupt nie leiden. Obwohl der einen sympathischen Vornamen hat. Ja, schon wieder. So, ich komme mal in die Bude hier drin. Gucken, ob ich das genauso übel kann, wie die. Oh, ich habe ja eine Drohne, ey. Ups. Oh, jetzt sind wir schon wieder auf der Seite. Mann. Ich sehe die Durchhalte an dieser Bude hier. Die nass du hier im Haus drin, ne? Ach so. Na klar. Danke. für meine gute freunde alle weg hier nicht eingetroffen ja geil danke wo kommen wir denn jetzt würden die jetzt wirklich über so einen schalter lohnen dass die hochkommt und direkt schießen klingt auch mal ganz geil ja ist klar das hat mich also befriedigt ja es hat mich doch dennoch so eine runde markt zu examen haben wir noch möchte jetzt hier das wird zu ding rocken nein wir spielen jetzt noch eine runde nacht und dann reicht für heute danke ein geiler film muss ich sagen mal wieder typisch quentin tarantino once upon a time in hollywood den neunten und vorletzten film von quentin tarantino hier spielen wir jetzt ach man kann was kann ich ach so nachts sich die ausstärken so geil guck mal was er bringt ja wenig aber er kann zumindest über kim und korn schießen ok er ist schon mal tot und ich sehe nichts hört auch wieder an alter krass aussieht wenn die ballern im dunkeln richtig cool aussieht ich glaube ich ihm nicht mal dass er mich gesehen hat herrgerlich ich will den baller brechen alles geht noch what the fuck was ist hier los ok komm und im tunnel oder so muss ich im dunkeln erstmal wieder zurecht finden auf der karte hier so viele schritte auch ich glaube ich renne halt nicht mehr ich werde jetzt kriechen hier knapp auf dem brust du warst wäre cool wenn du die lampe ausschießen könntest ja sehr schnell das stimmt ja ja zieh mal hin danke dir hier kannst du auch vorgehen ich habe auch kurz geschossen ich sehe sie ja nicht kling mal hinter uns hinter dir hinter dir oh ey hab ich nicht gesehen ja ja hat dir auch geholfen aber ja bin der doch leider drauf gegangen ich bin der Königstöter ich bin der Königstöter ich bin der Königstöter oh 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 ich habe eine drohne ich bin der gerade auf hat er jetzt alle bitte weggeräumt da oder was Mach die Tür wieder zu hier. Das mischt. Das mischt mit euch hier, Falken. Ach, es hätte so schön werden können. Also das ist jetzt sehr gewöhnliches Bedürftig. Das ist nicht schlecht, aber wird doch nicht zu meinem Fairies sein. Wenn es dann wieder Aufträge gibt, für das man das Spiel muss, dann macht es Spaß. Aber ansonsten es ist jetzt nicht der Favoritmodus, den ich spielen werde. Ui, bumm. Oh, da war er. Noch einer? Kommt ihr irgendwie noch mal einer zu mir jetzt? Das hat mich so schön platziert. Das kommt keine Sache aus. Ich glaube, irgendwie die fühlen, dass sie über Licht ist und ich völlig präsent sitze. Ja. Das sind seine Schritte. Mal wieder einen Tunnel. Ja, da sind sie wieder. Boah. Mann. Ja, danke dir. Überlau und vorher frei. Oh, lololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol schicht heute ein bisschen schlagen so schwer hinter uns diese drehung ja ja deswegen sagt ich ja wo du von ihnen den dings hier leuchtet hast in den tunnel nicht zielen okay jetzt kommt ein mars schlug körper jetzt vorbei jetzt ist richtig nein doch naja er ist da draußen noch ding bau also ewig ja gut so muss das ja wunderbar nein man sieht ja im dunkel mit dem ding auch nichts mehr da schlecht wirklich schlecht ja geiler typ wo ich hab so ein laser das ist schon sehr naja man kann ihn nicht durch den jump wir sind dran er ist zu oft machen hier ich denkst du schon einmal wo ich bin ach hör auf jetzt jetzt muss ich jetzt gleich ein bisschen wein und nie post mal die kleine drohne von uns ach so ach ja schöner in richtet habe ich den laserpointer der arsch was ist denn wo was war das warum wieso ist sie gerade nicht noch ausgeflippt verstehe nee 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 kann es vergessen meine granate hat keinen interessiert oder wie war das so haben wir gleich gewonnen naja klar sehr schön so muss das nämlich sein so hab ich mir das nämlich vorgestellt das ist ein perfekter abschluss für die nachtzession ja dann sag mal vielen dank für den einschalten wir sehen uns ja im nächsten fall und abonnieren nicht vergessen wir hören jetzt auf wir machen jetzt mittagspause richtig jetzt ja Different wir uns nd nd in w w in w Vielen Dank.